Bei den Schritten auf der Stelle ist es wichtig, meine Arme sind gestreckt, ich bin auf der Seite und meine Hüfte ist angehoben. Ich drehe mich zurück auf den Rücken und mache den Schritt auf der anderen Seite. Als nächstes, Shrimp to Turtle. Ich führe einen normalen Shrimp aus, setze mein Bein noch ein Stückchen weiter nach hinten, führe das untere Bein unten drunter durch und lande in der Turtle-Position. Normaler Shrimp, noch einmal das Bein nach hinten schieben, Bein unten durch, auf die Schulter in die Turtle. Das ist das Bridge to Turtle. Ich gehe in das Bridging, Hüfte ganz weit nach oben, mein diagonales Bein führe ich in die Luft, nach oben und ich lande in der Turtle. Ich gehe in die Tür, ich gehe in die Tür, aber ich gehe in die Tür.